Viele Einheimische und Touristen nutzen die traditionsreiche Bahn, um von der Festung aus den herrlichen Blick über die Stadt Salzburg bis hin zu den Gebirgsgauen zu genießen. An Spitzentagen befördert die Festungsbahn mehr als 12.000 Menschen. Die Schlautraffs aus Frankfurt in Deutschland waren die einmillionsten Besucher in diesem Jahr. Wir waren total überrascht, haben uns aber natürlich super gefreut, weil wir kommen aus Deutschland und fahren das erste Mal mit der Bahn hoch und sind der einmillionste Gast. Das ist toll. Gerade in der Festspielzeit, wenn das Wetter ist, so wie heute, ist es natürlich ein Traum von der Festung dann auch den Ausblick zu genießen. Und mit über zwei Millionen Beförderungsfällen pro Jahr ist es natürlich ein richtiges Highlight und jedes Jahr wieder. Und wir hoffen natürlich, dass das die nächsten Jahre auch so weitergeht. Aber nicht nur zur Festspielzeit, sondern auch das gesamte Jahr über ist die Festungsbahn selbst eine Sehenswürdigkeit und geschätzte Attraktion in der Salzburger Altstadt.